willkommen zum nächsten video im letzten video haben wir uns angeschaut wieso die historischen renditen beim aktienmarkt aussahen wir haben vor allen dingen auch gesehen dass gerade bei einer haltedauer bis zum letzten statistischen jahr was für uns in der tabelle angeschaut haben 2009 10 dass wir mindestens 7,2 prozent jedes jahr verdient haben und das ohne einen handschlag zu tun das ist doch eine tolle sache aber wir wissen ja auch wo rendite ist ist immer auch risiko und genau das risiko wie du das abschätzen kannst oder wo man darauf achten muss das schauen wir uns jetzt an übrigens wenn ihr das alles gefällt gleich uns gerne mit einem klick hier unten wo sind denn die risiken ich denke jeder von euch weiß dass aktien risiko behaftet sind und ihr habt wahrscheinlich auch schon gehört dass der nachbar oder ein freund wer auch immer auch vielleicht mal geld mit aktien verloren hat das ist dann meistens der fall wenn man alles auf eine karte setzt ja dass man den heißen tipp folgt und genau die eine aktie kauft die sich im kurs verzehnfachen soll natürlich ist das möglich aber die wahrscheinlichkeit dass man aus den ganzen aktien die eine rauspickt die sich verzehnfacht ist nicht so hoch und das was wir machen wollen ist dass wir nicht die nadel im heuhaufen suchen sondern wir wollen das was wir uns im letzten video angeschaut haben daran partizipieren wenn wir fürs nichts tun es schaffen dass wir alle zehn jahre unter umständen sein kapital verdoppeln können ist das doch schon eine ganz tolle sache und das schaffen wir indem wir drei kriterien bei achten auf der einen seite wollen wir gerade nicht alles auf eine karte setzen das heißt wir wollen unsere risiken streuen ja das heißt wir wollen eine breite streuung haben das heißt für mich persönlich mindestens 20 aktien oder mehr das heißt also dass wir ein einzelrisiko von fünf prozent oder weniger haben als zweites wollen wir auch nicht alles lokal auf eine nation setzen das heißt wir wollen grundsätzlich eher weltweit anlegen damit zum beispiel so risiken wie wir das gesehen haben in china wo auf einmal eine staatsregierung eingreift und unternehmen zum beispiel zwingt zwangsabgaben zu leisten und deswegen die aktien fallen dass wir davon nicht alleine abhängig sind deswegen wollen wir über viele länder eine weltweite streuung erreichen faktor 3 wir wollen von den branchen und generell von den unternehmen auf marktführer setzen wir wollen sogenannte blut chips kaufen ja das sind die großen weltweit etablierten firmen die sind übrigens auch die firmen die am höchsten gewichtet waren in diesem weltweiten index was ich euch gezeigt habe ja und warum ist das so weil wir wissen natürlich nicht welche start-up in zehn jahren noch da ist aber wir wissen mit einer hohen wahrscheinlichkeit dass die marktführer dieser welt egal ob das autobauer sind ob das eine microsoft ist oder nestle jetzt im nahrungsmittelbereich oder so magi gab schon vor 100 jahren wird es auch wahrscheinlich noch in den nächsten 100 jahren geben wenn wir also diese international bekannten firmen kaufen die jedes jahr wachsen die tendenziell jedes jahr mehr verdienen dann haben wir eine gute wahrscheinlichkeit dass die auch in 50 jahren weiter gewachsen sind und vielleicht ihre wettbewerber aufgekauft haben ja und mit diesen drei punkten weißt du dass wir zwar natürlich ein risiko haben ja wir haben es gesehen bei der finanzkrise oder auch am neuen markt oder es kann sich auch jederzeit passieren dass die aktienkurse mal sinken aber wenn ich qualität kaufe dann kann ich das aussetzen das haben wir uns im letzten video angeschaut und das kennst du auch wenn du eine immobilie hast ja in dem moment wenn du mieteinnahmen hast dann ist das nicht so schlimm dass du weißt dass vielleicht der gutachter dieses jahr die immobilie um 30.000 weniger schätzt als letztes jahr ja du hast die mieteinnahmen und du weißt umso länger du die immobilie hast umso mehr mieteinnahmen bekommst du und umso besser ist es für dich das ist genau das was wir hier machen wollen ja wir wollen weltweit anlegen wir wollen die wahrscheinlichkeit nutzen dass die marktführer dieser welt auch in zukunft weiter wachsen werden dass die langfristig wachsen werden und stetige renditen bringen und wie wir jetzt genau streuen können ob zb über länder oder branchen das schauen wir uns in den nächsten videos an bleibt dabei an so